Der Strom ist wieder zurück aus dem Urlaub. Ich komme wieder dazu, mal ein paar Videos zu drehen. Ich hoffe jetzt wieder öfter und regelmäßiger. Das war ja doch ziemlich mau die letzten drei Wochen. Aber ich gelobe, dass ich mich bessern werde. Versprochen. So, ich bin froh, mal wieder auf dem Bike zu sitzen. Ich habe in den drei Wochen nicht einmal Motorrad fahren können. Das war schlichtweg Scheiße. Also gefallen hat mir das nicht. Aber es ist nun mal leider nichts zu ändern. Ich konnte das Motorrad leider nicht mitnehmen. Also konnte ich auch nicht fahren. Eigentlich fährt der Strom hier heute nur ein bisschen durch die Gegend, um mal wieder auf dem Motorrad zu sitzen. Hier zugswahrscheinlich, um aus dem Blut raus zu bekommen. Wir werden jetzt nach Italoan fahren. Da soll es einen kleinen Turm geben. Da wollte ich jetzt eigentlich heute nur mal schauen, wie das ist da. Und dann später, vielleicht am Wochenende, noch mal mit der Flugdrohne hinfahren, wenn da was taucht und da ein paar Ausnahmen machen. Also die Aussicht soll es schon mal phänomenal sein. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ansonsten, der Urlaub war, naja, nicht schlecht, aber auch weltbewegend. Weil wir hatten einfach rieses Wetter. Überwiegend, es war sehr windig. Es hat ein paar Tage geregnet. Also im großen Ganzen kein richtiges Urlaubswetter. Jetzt hätte ich da wahrscheinlich auch mehr unternommen noch. Und euch, so wie in dem letzten Urlaub, mal mal wieder ein bisschen durchgebracht. Aber bis auf das eine, was ich da gemacht habe, hat sich keine Gelegenheit ergeben. Und nur ein paar Fotos von mir, wenn ich da am Strand umlaufe oder so. Das muss nicht sein, das ist zu blöde. Ich glaube, das werde ich schon euch. Ja, was ist das denn sonst an? Ich muss ein bisschen was noch erledigen. Ja, die Sache mit der Polizei läuft. Mit dem Unfall, mit dem angeblichen Unfall. Obwohl ich nicht schon weiß. Aber ich habe kein Lieferrat, weil ich weiß, die Ronne ist schon im Unfall. Und von der angeblichen Fahrerflucht. Ah ja. Ansonsten gibt es einen Moment. Auf die eine Art und Weise zum Glück gibt es Neues. Weil meistens gibt es ja dann nur negative Sachen. Ja, Spaß macht natürlich, wenn ich mal was Folgendes eignet, dass man da halt was vermitteln kann, wenn ich sie richtig berichten hat. Wäre schön, wenn wir heute nochmal rauskämen. Das ist ja mal wieder los. War doch gar kein Problem, da rauszukommen. Ich weiß gar nicht, was du für einen Aufstand gemacht hast da vorne. Na ja, wenn man das so gewohnt ist aus Essen, ist das vielleicht normal. Ja, mit dem Auto ist immer noch was anderes als mit dem Motorrad. Ist halt so. Tja, wie nennt sich dieser kleine Ort hier eigentlich? Ja, Schwerze ist das nicht. Westhofen ist es eigentlich auch nicht. Westhofen liegt da drüben. Erxe. Wäre schön, wenn wir auch mal ein bisschen voran kämen. Aber die Autofahrer sind mal wieder toll drauf. ist ja schon. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe eine scheiß Tageszeit gewählt. Ist alles zu hier. Und bei dem Stau, den wir hier haben, bin ich überlegen, sollen wir nicht wieder umdrehen? Besser wäre das wohl, weil der zieht sich jetzt bis da unten hin. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Fanny, das ist Freitag. Vielleicht hat es damit zu tun, wir haben heute Freitag, dass deswegen so viele schon um 2 Uhr und nachmittags unterwegs sind, weil hier kann ich jetzt nicht bleiben. Da stehe ich ja 10 Minuten. Ja, liebe Piraten und Landraten, ich habe beschlossen, ich fahre heute doch nicht dahin. Deswegen würde ich mal sagen, beende ich an dieser Stelle das Video. Ich werde sehen, dass ich übers Wochenende noch ein vernünftiges anderes Video erstelle. Nicht nur fahren, sondern eben halt auch ein bisschen was zum Gucken. Was genau weiß ich noch nicht, was ich machen werde. Das entscheide ich jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen. Ansonsten würde ich mal sagen, tschüssi. Bis zum nächsten Mal, euer Stromi. Everything changes. Bis zum nächsten Mal, euer Stromi. Bis zum nächsten Mal, euer Stromi.